TV-Sender vor Transferhammer Die ARD bastelt scheinbar an einem echten Transferhammer. Auf der Suche nach einem Experten für die Emeritiert 2020 soll der TV-Sender-Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Visier haben. Bei der WM 2018 stand Thomas Hitzl-Sperger noch als TV-Experte der ARD am Mikro. Wer wird das Gesicht des TV-Senders bei der Emeritiert 2020? Seit dem Abfied Hitz-Supergers, der die ARD im Februar verließ und als Sportvorstand beim VfB Stuttgart anheuerte, wird ein Nachfolger gesucht. Offenbar gibt es jetzt einen heißen und namhaften Kandidaten, Bastian Schweinsteiger. Nach einem Bericht des Sportbild hat die ARD beim Weltmeister von 2014 Interesse hinterlegt. Geplant ist demnach zudem ein kennenden Treffen zwischen ARD-Moderator Alexander Burmes und Schweinsteiger im Rahmen des Sportschau-Clubs am 17. Juni in Chicago. Noch ist jedoch unklar, ob Schweinsteiger seine aktive Karriere im Sommer beenden wird und somit verfügbar wäre. Der 34-Jährige spielt seit März 2017 beim MLS-Club Chicago vor und hat noch einen Vertrag bis 2020. Zudem hat auch der FC Bayern bereits beim ehemaligen Nationalspieler angeklopft und ihm mitgeteilt, dass die Türen für eine Position im Verein nach seinem Karriereende offen stehen. Das schätze ich sehr, denn ich fühle mich dem Club weiterhin sehr verbunden, sagte Schweinsteiger in der vergangenen Woche im Sportbild-Interview. Ein anderer Weltmeister ist dem Gericht zufolge hingegen kein Kandidat für die ARD, per Mertesacker. Der 34-Jährige stehe vor einer Vertragsverlängerung beim Streaming den Statsen. Beide Seiten seien sehr zufrieden. Liebe Leserinnen und Leser. Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team